Hallo, 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 wir spielen wieder Schoki-Quiz-Duell. Wir spielen heute wieder um ein Buch. Das Buch blende ich jetzt gerade hier ein. Das ist Kreisliga-Legende und ich spiele heute gegen 12 Mama Babe. Wenn 12 Mama Babe gewinnen sollte, bekommt 12 Mama Babe das Buch. Und ansonsten geht es an die Community. Alle, die einen Kommentar unter dieses Video schreiben, bekommen bei einer Niederlage von 12 Mama Babe dieses Buch zugeschrieben. Also einer von denen wird ausgelost als Sieger dieses Buches. Ich spiele in der ersten Kategorie. Macht und Geld nehme ich. Und wie heißt die Königin von Spanien? Letizia, Sophia war die letzte. Letizia, Leonor und Estelle. Letizia, genau. Wer wurde 2016 zum österreichischen Verteidigungsminister ernannt? Wer ist denn der? Stöger? Nee, Stöger ist doch der Trainer. Wer ist ein Verteidigungsminister? Gerald Klug? Nee. Stürger ist doch der Trainer, was man bescheuert. Hans-Peter Doskozil. Noch nie gehört. Tut mir leid. Welche der folgenden Banken ist spanischer Herkunft? Banco Santander, PNB Paribas, Unicredit Group, DNB. Okay, spanischer Herkunft, Banco Santander. Ja, ist es. Jawohl, Glück gehabt. So, das war die erste Runde. Jetzt muss ich auf 12 Mama Babe warten. Mal gucken, was passiert. So, wir spielen jetzt die zweite Runde gegen 12 Mama Babe. Wird mich mal interessieren, wie die aussieht, die 12 Mama Babe. Uh, Fantasie, Fantasie. Ich spiele in der Kategorie Zeugen der Zeit. Welche Waffe wurde im Zweiten Weltkrieg nicht verwendet? Springfield M1903, AK67, Galaschnikow, Thompson M1, Mosin Magant, Magant, Kalaschnikow. Ja, die Kalaschnikow. Ich weiß, ich kenne nichts. Keine Ahnung. Waffen kenne ich mir nicht so richtig aus. Wozu wurde Gallius Julius Cäsar nach seinem letzten militärischen Erfolg in Spanien zum Senat ernannt? Vom Senat ernannt. Der war Diktator auf Lebenszeit. Richtig. Was wurde durch das von Adolf Hitler eingereichte Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 im Deutschen Reich quasi abgeschafft? Was wurde abgeschafft? Streikrecht, Beamtentum, Parteien, Gewaltenteilung. Wurde abgeschafft. Wurde alles auf eins. Jawohl. Genau. Aber es wusste Mama Babe auch. Es steht 5 zu 4 für mich gegen Mama Babe und ich nehme die nächste Kategorie und die nennt sich Sport und Freizeit. Sport und Freizeit. Aus welcher nordamerikanischen Stadt kommt dieser Sportverein? Das ist Chicago, Calgary, Indianapolis. Montreal. Oh, Montreal. Boah, keine Ahnung. Wie heißt dieser ehemalige NBA-Spieler? Karl Malone ist das, oder? Ja, genau. Wie heißt Golfstar Tiger Woods mit richtigem Namen? Heißt ja nicht Tiger. Eldrick James John Earl. Eldrick James. Tiger Woods James Woods. Eldrick Woods James. Eldrick? Der heißt Eldrick? Wie bescheuert ist das denn? Da würde ich mich auch Tiger nennen. Ja. Naja. Das war die dritte Runde gegen 12 Mama Babe. Und mal gucken, was die so hinkriegt. Die vierte Runde gegen 12 Mama Babe. Kategorie nennt sich Kinofilme. Kann ich eigentlich ganz gut, aber oje. In welchem Jahr wurde der schwedisch-französisch-deutsche Film Fanny und Alexander von Ingmar Bergmann vierfacher Oscar-Preisträger? Ingmar Bergmann. 73. Oh, 82. Ei, ei, ei. Aber Mama Babe hat's auch falsch gemacht. Welchen General der Zweiten Weltkriege spielt Karl Malden im Patton-Rebellen-Uniform aus dem Jahr 1970? Patton. Patton? Oh, Oma N. Bradley. Naja, wer weiß das schon. Welche Methode kam in Forrest Gump zum Einsatz, um Tom Hanks in Originalaufnahmen historische Ereignisse zu platzieren? Split Screen, Blue Screen, Slow Motion Capturing, Post Production. Post Production, Blue Screen, oder? Haben wir das mit Blue Screen gemacht? Ja. Sehr gut. Steht 7 zu 6 für mich. Die nächste Kategorie lautet, die nächste Kategorie ist, was nehme ich? Rund um die Welt. Rund um die Welt. Welche beiden europäischen Hauptstädte haben mit einem Abstand von nur etwa 50 Kilometer die gängste Entfernung zueinander? London und Brüssel? Nein. Bratislava und Wien? Zagreb und Ljubljana? Nein. Bern und Wadus. Das könnte sein. Nein, Bratislava, Wien. Mist. Ärger. Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kentucky? Augusta, Annapolis, Frankfurt. Frankfurt. Welche Stadt liegt nicht in den USA? Seattle, Milwaukee, Buffalo, Calgary. Calgary ist Kanada. Ja. Sehr gut. Es steht 9 zu 6. 9 zu 6 steht es für mich und Mama Babe muss die nächste Kategorie spielen. Wir kommen zur sechsten und letzten Runde gegen 12, Mama Babe. Die Kategorie sind Comics und ich bin dran. Wie heißt der Schöpfer der Zeichentrickfigur Spirou? Spirou hat gemacht. Spirou hat gemacht Yves Chalant, Yier, Andron Franquin, Robert Felter. Sagt mir irgendwas. Ah, richtig. Welcher Superschurke im DC-Universum war lange Zeit in der sogenannten Phantomzone gefangen? Bane, Bane, Lex Luthor ist doch der Antti und der Joker ist von Batman der Gegenspieler. General Azord, General Azord. Boah, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt geht es um die Washed. Wie heißt dieser Comic-Autor? Karl Barks ist das. Ja, Karl Barks hat er gemacht. Ich glaube hier Donald Duck oder sowas, ne? Hat er es nicht gemacht? Was weiß ich. Ja, ich habe gegen Mama Babe gewonnen. Gegen Mama Babe zu gewinnen war schon gar nicht so einfach. Aber das heißt, das Buch geht nicht an Mama Babe, sondern an die Community. Jeder, der jetzt einen Kommentar reinschreibt, der bekommt eine Chance auf ein Buch. Das heißt also, unter den Kommentierenden, die bekommen damit ein Buch ausgelost. Ja, das ist das Richtige, was ich sagen wollte. Genau. Also, kommentieren, Abonnent sein von Shogi Banoki New Television und dann sehen wir weiter. Cheerio, Miss Sophie.